Die Forschung, die hier abläuft, ist an der vordersten Front. Das heißt, man hat hier die Möglichkeit, mit wissenschaftlicher, operativer Ausstattung zu arbeiten. Also wir sind wirklich an aktuellen Forschungsprojekten beteiligt. Dann kann man sich eben für die Zoologie entscheiden, dann gibt es Neurobiologie, Botanik 2, Botanik 1 gibt. Das ist nicht gefährlich für uns Menschen, aber Händewasch ist nicht verkehrt. Man muss mindestens 18 sein, um mit Tieren arbeiten zu dürfen. Viele Versuche in der Biologie laufen meist über mehrere Tage. Wir haben keine Routine. Man weiß nicht am Anfang, was rauskommt. Das ist kein Produkt, das wir hier herstellen, sondern es ist immer ein kleines Atemfeuer eigentlich. Es ist ein sehr lockeres Umfeld hier. Das Team ist super. Es macht auch echt Spaß, in den einzelnen Projektgruppen zu arbeiten. Da muss man ganz klar sagen, dieses große Spektrum, was die Ausbildung hier abdeckt, das bietet kaum ein anderer Ausbildungsgeber. Wenn du aktiv an aktueller Forschung mitarbeiten möchtest und in einem internationalen Team eine abwechslungsreiche Ausbildung machen möchtest, bist du bei uns genau richtig, bewerb dich.